So, da sind wir wieder direkt im Anschluss der alten Folge. Ihr seht, ich habe hier ein paar Essenzen im Inventar. Aus dem einfachen Grund, ich habe die Felder doch ein bisschen anders gemacht, ich habe sie jetzt alle hier rüber geholt. Hier sind die ganz normalen Inferium Essenzen, das ist noch frei, keine Ahnung was wir da hin machen. Ich weiß es einfach nicht, wir wollten aber jetzt erstmal von den Dark Steel nebenbei, kann man den Ring of the Road wieder aufladen. Oh ja, Dark Steel haben wir jetzt auch gut was. Ich brauche noch 2 Seeds davon. So, Dark Steel war hier. Solarium brauchen wir noch. Dazu brauchen wir die, das machen wir aus Gold und Dingensbummens, genau. So ist das, das müssen wir aber erst wieder herstellen. Aber das geht ganz easy. Da haben wir irgendwo eine Schaufel, da haben wir eine Schaufel, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Und eins freilassen. So, dann reicht aus. Und gleich haben wir alles fertig. Achso, dann müssen wir ja wieder hier runter, dann können wir das nämlich erstmal wieder rausholen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Wie viel brauchen wir denn? 4, 8, 16. Reichen noch vollkommen aus. So. Das da rein, das hier rein und das da rein. Die Schaufel kann auch zurück. Na gut, die kriege ich jetzt wieder Saft drauf. So, dann haben wir die ersten 4. Solarium. Ja, Manulin und Draconic muss man auch noch machen. Für Draconic und Manulin gibt es ja die Loot Bags. Da kriegt man das gerne mal raus. Und da warten wir einfach ab, bis wir da alles haben. So, jetzt haben wir davon auch die 4 Seeds. Jetzt bin ich glücklich. Und wenn wir gerade bei Loot Bags sind. Ähm, ich bräuchte eigentlich, ach ne, ich hab ja noch das hier. Genau. Da rein. Ähm. Silber und Gold. Ihr müsstet eigentlich hier rein. Dann, warum? Hä? Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. So, die 2 Erze hauen wir erstmal da mit rein. Denn, äh, die brauche ich ja dann für die Schmelze. Dann wollen wir doch mal gucken. Ähm, Loot einmal hier eingeben und einmal hier unten. Die da wollen wir haben. Und die kriegt man auch. So, dann wollen wir die dort haben. Und wir wollen einmal die haben. Aufpassen. So. Und wir wollen einmal die hier haben. Gut, denn die werden wir jetzt öffnen. Ja, gut. Ich weiß immer noch nicht, für was die Magic Beans sind. Und, oh, Chance Cube. Ab sofort ist es ja erlaubt, diese zu öffnen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in den Nether. Äh. Und öffnen da ein paar Chance Cubes. Ähm, ich brauche das da. Mehr als genug. So, ich brauche das da. Ähm, ein Stack reicht erst einmal. Und, nicht zu vergessen, wo ist der Scanner? Da ist der Scanner. Und dann würde ich sagen, wir lassen erstmal meinen ganzen Stuff, den ich anhabe, hier. Das alles da rein, das da rein, das da rein. Den Ring auf, ähm, Magni Dingensbummets, den lassen wir. Und den Endring lassen wir auch im Inventar. Ja, der Melvin hat das Portal hier ein bisschen verschillt. Das sieht richtig, richtig geil aus. Also, Respekt. Der Dude kann echt gut schisseln. Wer macht eigentlich in dem Projekt auch nicht? Ne, Spaß. Ähm, wir müssen ihm mal die Mods erklären. So, okay. Hier wurde alles auf den Kopf gestellt, wurde mir gesagt. Ja. Boah. Läuft. Das heißt, wir werden wohl noch ein bisschen weiter weggehen müssen. So, der Schüssel ist leider jetzt kaputt. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Hau ab. Gerade jetzt, wenn man die Viecher nicht braucht, kommen die natürlich. Äh. 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 What the hell? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab mich mal ne Rüstung an. Äh. 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 Was ist los bei euch? Äh. Gut, ihr habt gesehen, es bringt nichts. Ja, ich darf mir jetzt erstmal mein Jetpack holen. Dann nehmen wir uns das Obsidian Sword mit und einen neuen Builder Sword. Das ärgert mich gerade, aber zutiefst. Nein, Spaß. Ähm, so ist der Lauf der Dinge hier im Spiel. Äh, Builder Sword und irgendwo hatte ich doch noch so einen billigen. Da. Ein Schwert. Hammer hier. Das, das und das. Äh, warum hab ich jetzt das aufgenommen? Wenn ich eigentlich meine Hose hier wollte. Äh. Oh, die macht sogar, hat sogar ein bisschen mehr und so, ne? Äh. Ja. Schuhe. Da haben wir die ja Schuhe. Das und für's erste braucht man natürlich das Jetpack. Wo ist mein Jetpack? Wo? Da. Wo? Wo? Oh Gott, ich muss dann mal gucken, was der Hover-Mode ist. Autsch. Jetzt hängst du malen können, bevor ich durchs Portal gehe. Wo? Oh. Wo? Huh. So. Äh, wo ist es denn? Da unten? Gut, da ist es mir gerade scheißegal. Boah, ernsthaft? Diese Viecher. Äh, hier. So und so. Ja, so können wir es ganz in Ruhe lassen. Äh, der Angel Ring kommt da rein, das kommt da rein, die kommt da hin. Wo ist der Scanner? Da ist der Scanner. Oh, ne. Ne. Nein. Hau mal ab hier. Oh, der ist gut. Äh, hallo? Spider-Eye, Efficiency 3, ja gut. Irgendwie vermisse ich gerade trotzdem was. Äh, oh, Minus 30, nein. Nein. Oh, der scheint wieder gut zu sein. Äh, das war jetzt nicht das, was ich denke, oder? Ne. Oh, 50. Ja, komm. Oh, ha, 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 ha. Schwein gehabt. Dazu sah ich mal echt Schwein gehabt. Äh, ne, so ein Schwein will ich hier nicht haben. Minus 4. Minus 6. Minus 24. Oh. Ja. Minus 35. Ihr seht, die Minusdinger, die lasse ich komplett stehen. Boah, Minus 100, da bist du ja instant tot. Das war, boah, wow. Wow. being lasse mit. Wasıyorum 3. Wasp, wasp. 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 Ja, ihr seht, da kommt, selbst bei Gutem kommt immer irgendein Mist raus. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant, dass ich hier Mobs killen muss. So, sind hier noch welche drinnen? Ne. Ok, da kam nichts raus. Plus 20. Jetzt mach doch mal Platz hier für mich. So kommt auch so ein Plus-Transpension 4 raus. Ja. Da waren die anderen Chance Cups Geschichte, würde ich wohl mal sagen. Hm. Es ging doch früher eigentlich mal, dass wenn man die so als Block gemacht hat, dass die auf dem Block geworden sind. 10. Ah. Ahhhh! Äh... Minus 6. Oh! Äh... Ja gut. Ich müsste vielleicht mal was essen. Äh... Ja, die anderen Chance Cubes, ich weiß nicht. Die werden wir jetzt geschlossen lassen. Gucken... Alles eigentlich nur Crap hier drinnen. Okay, die Karotte nehme ich. Naja, komm, so. So. Den Disco Ball werden wir auf jeden Fall noch anmachen. Äh... Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, brauche ich nicht. Äh... Stick weg, Item Frame weg. Die hebt man mal auf. Einfach so, just for fun, für Melvin. Hm... Joa... 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 Da passiert da wieder nichts Gutes bei. Joa... 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 Ehh... Ehh... Nein, ich habe es schon gehört, das Zischen. Leck mich fett, ey. Ja, ne? Äh. Oh. Okay. Ist doch gar nichts passiert. Äh. Gut. Mehr werden wir nicht aufmachen. Das reicht auf jeden Fall. Schau mal, diese komischen Imp greifen mich jetzt nicht an. Folge ist nämlich schon lang genug. So. Also, wir haben noch ein paar Seats hergestellt. Wir haben, äh. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein paar Lootbags geöffnet. Den Kabelstorn könnt ihr gleich vergessen. Den schmeiße ich eh weg. Und, ja. In der nächsten Folge geht es dann auf jeden Fall wieder mit den ganzen Verrückten weiter. Denn dann werden wir uns mit den Ender.io Maschinen beschaffen. Bis dahin. Tschü tschü.